Hallo und Herzlich Willkommen mit Dani, Alter. Ding, 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 ding. Mit Kackbrunnen auf dem Test. Ich hab zwei Kackbrunnen. Ich hab einen Pilz. Zwei Weizen. Du bist der Wixer, wo mir alles wegschnappt, Alter. Ich hab alles genommen. Bist du denn hin jetzt? Ja, dann lass mal laufen, da rein. Hast du es schört, Dani? Was? Nein. Oh, da ist ein Scherz da drin. Genüge. Ey, mein Minecraft ist abgestürzt. Warum stirbst dein Minecraft ab, wenn du so einen guten PC hast? Minecraft. Hast du, Dome? Komm doch jetzt her. Was weins? Da, Steinschwert. Ich hab zum dritten Mal gesagt, Dome. Komm mal in die Truhe rein. Nö. Gar nichts für dich. Ah ja, Freddy ist auf dem Test. Ja, blablabla. Oh, die scheiß Treppe hier. Oh, so ist mein Boys, Boys. Das ist ein Kuchen. Geil, Alter. Also hier, als du essen, Dome. Will burscht essen. Ja, wo? Hier. Tobi. Komm, die Mitte. Komm, die Mitte. Die Röwe. Deine Traum rein. Der ist ein Mädchen. Ja, da kann man doch nicht hoch. Ah, hier kann man doch hoch. Da kann man doch nicht hoch. Da kann man doch nicht hoch. Da kann man doch nicht hoch. Töten wir die. Wo bist du denn jetzt hin? Einfach weitergelaufen. Aber du bist jetzt auf der anderen Seite. Was? Nein, da geht's lang. Guck doch. Wieso? Bin ich zurückgeportet? Hier, den töten. Aua. Oma, wo bist du? Hey. Helft doch. Ich glaub, da ist ein anderer, gell. Wo warst du jetzt? Der will den direkt töten können. Hinter dir ist einer, gell. Jetzt kurz was. Jetzt glatsch ich für den. Welchen Anti-LP? Ne, den hier. Ja, das ist doch Anti-LP. Keine Ahnung, wenn ich unter was ich bin, seh ich überhaupt nichts. Aua. Ich hab dich gepusht. Ah, hinter dir ist einer. Da kommt der Zweite. Komm, ich spring auf den. Relax. Hier unten. Ah. Bring doch auf den drauf. Jawoll. Du Arsch, ich hab viel mehr Schaden gemacht. Nein, ich hab viel mehr Schaden gemacht. Jetzt gibt's der Zeug. Ich hab was denn, hast du's dick? Hey, gib mir den Helm. Ne, nimm du denn, ich hab voll die gute Wurstplatte. Dome. Ich hab fünf Eisen, Alter. Dome. Ja, ich hab kein Stick. Max, ach ja. Alter, was ist das hier, Leute? Ach, äpfel. Kirschen. Kirschen. Winterkirschen. Hast du ein Getreide? Zwei Getreide. Den gib mir. Hat's da, hat's. Gib mir, bitte. Danke. Brauch uns dick. Warte, ich will in das Schiff rein. Ruhe. Ruhe. Ab. Komm, ey, ich hab'n Brustpanzer für dich. Bin beim Hexen, Chip. Komm, wir da nicht hoch? Ah, doch, von hier. Ich geh von da. Wallah. Für. Lan. Wallah, heischt. Ah, Dani, du mein Handy weg. Dani. Sorry. Wie gesagt, es sollst es nicht so nahe. Meine süße Verführung. Hast du Mut? Ja. Ja, ich hab auch Mut. Also zwei. Nein. Okay. Ja, Gott. Ich geh' in. Cabellos Coffee Shop. Und das ist die Kiste. Oh, geil. Geil, so. Was ist? So'n geiler Kamerad vom. Und was heißt Kamerad? Ich schnitt halt mein Kamerad. Ach, ein Kamerad im Mund in der Straße von mir, Alter. Dani, was ist los? Du hörst dich voll anders an, gerade. Wieso haben wir drei Meter von mir vorgelegt? Ja, ich bin ein bisschen weiter weg, weil ich gerade, weil ich gerade, weil ich gerade, weil ich gerade ein bisschen mit dem Handy schreibe, und dann stört es ja euch. Also, ein Kamerad aus meiner Straße, gell? Der hat einfach mal, sag ich nicht. Das ist ein zweier Team. Der hat als WhatsApp-Profil mit ein fettes Kind. Sicher, dass es nicht der ist. Okay, er könnte es sein, aber... Nee, das liegt er nicht. Moment, ja. Weil, drunter steht ein Batman, und der hat so komische, äh, Haare, weiß. Und dann macht's so, ob es irgendwie hier fett sagt. Voll geil. Ich hab' gestern Lego-Movie angeschaut, Alter, da war Batman richtig cool. Ich kenne zwar nur eine Stelle von dem, wo ich finde, so geil. Schau den mal an. Da an diesem Eingangs-Ding ist, mit seinem Batarang, dass es einen Knopf wirft. so weiter der Jahr also was weiß ich was er ist weg ein weiteres Geld ist einfach gar nicht gemacht der Bekannten schon jahre die Scheiße lassen wo drei Pilze waren und dann noch mal 3 Kiel ein Schneewelle bei der Rollstuhl ist gerne in den Arten bei der Ewingen Schilder mein Zeug ich habe auch noch ein Diamant gell bin weitergelaufen gell über die Brücke so viele Leben ja gar nicht mehr ja ich hab ne Nami dort gesehen brennst du rum alter raus richtiger Asslack bist du schlägst du einfach an andere Häuser rein klaust da hier ist der Spawn Spawn erstmal gucken hat hier ist noch ne Ruhe vielleicht sind irgendwo Sticks drin jemand war dumm da ist ne Schüssel nehm dich mal mit kann ich Essen machen ich bin in das große Haus ich bin hinter dir ich bin hinter dir gar nicht hinter mir du warst ja nicht mal auf der Treppe wenn du weiter gerannt wärst schwer ich hinter dir ich kann aber nicht sehen dass du da direkt rein hoch und du cool was soll es jetzt sein Notiz zu Wort sollen sie die Web von Hive sein und die Dinger sollen Kisten sein oder was soll das sein war sehr schnell war sehr schnell war sehr schnell kommt einer wo wo eigentlich 2 und bei mir lags oh ich geh doch nicht drauf ich bist tot nein aber mir lags ich bin gleich tot gleich bin ich tot ich weiß ich will mal so n scheiß dick jetzt dann kann ich mit Eisenfett machen dann kann ich noch mehr ficken stell dich doch tot dann tötest du das keiner ja lass dich auch so ich drück einfach Schiff dann sehen die mich nicht mehr ich drück das B ja das wäre doch mal übergeil wenn man irgendwie wenn es noch ein Tastige wo der Charakter so umfällt wie wenn er stirbt und dann halt so alle Ereignisse geploppt werden aber bist du ja nicht ich bin abgehauen von dem ich bin auch weg ja ich bin auch weg da vorne ist der Worte oh Anti-LP Eisenschwert gefunden Eis Level wir waren da gerade mehrere Leute aber trotzdem bin ich jetzt irgendwie drauf der auch Anti-LP Schokolade ey warte mal bist du ich bleib jetzt stehen ja warte ich du bist da warte ich komm ah da Anti-LP ist irgendwie rüber gehören ja ja da hab ich ihn auch noch da bleibt jemand lass ihn zum Spawn gehen aber wenn ihr auch hier ist auch ein Kistbriefel da drüben ist der Typ doch ja ich komm doch Ausschweibungen bist du nehmt 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 Ja gut, ich bin einfach weiter, der konnte jetzt. Trotzdem töten. Wo ist der denn hingehört? Ey, du hast du gesehen, wo ich war? Ja, aber dann sind die ins Wasser geschoben, dann habe ich nichts mehr gesehen. Bist du jetzt? Hier neben dem Typ! Der ist richtig low. Ah, nee, der hat hier den Pott getrunken. Wo bist du? Komm, ich habe eine Angel. Alter. Ah, was ist? Das macht Schaden, hör auf. Nein, das macht keinen Schaden, das ist der Angel. Ich habe ja noch Schaden gemacht. Nice. Mein Arsch. Hast du jetzt einen Stick? Ah, brauchen wir ja nicht mehr. Ich habe jetzt auch ein Eisenschwert. Aber lass trotzdem mal ein Spawn gehen. Ach, wartet der eigentlich einen Kürbis auf? Da ist einer. Da ist ein Typ. Ja, zwei, dir. Hast du einen Stick? Hast du das zu essen? Ja, genug. Ah ja, da liegt genug Zeug. Hier ist eine Eisenhose noch. Ja, die haben wollte ich wirklich da drauf. Wo? Hier ist ein Pfeil. Ich habe Sticks. Nice. Hier sind sie. Ich habe drei Dierer und acht Eisen. Ja, ich bin aber gleich. War da drüben nicht irgendwo eine Kiste? Äh, ein Ding. Ich bin da eine Kiste. Ne. Wann beginnt's? Ne, doch da. 20 Sekunden oder so. Oh, fuck. Warum kann ich nicht drüber? Hier war das irgendwo in der Weltbank. Ach, da ist sie. 20 Sekunden. Ja, hab's. Ich habe mir schon noch einen Eisenhelm gemacht. Ich hätte mir auch noch ein Eisenseil gemacht. Jetzt sei damit, Dierer Schwert. Bist du was? Das bin ich. Ja, dann geh weg von dir. Ich stehe doch nichts. Wer bist du, Mann? Der mit dem Eisenschwert. Der mit dem. Der hat ja die beiden Haut. Halbes Herz. Du hast keinen Bogen, oder? Nein. Was sind die? Weg. Ich sehe keinen mehr. Hab einen getötet. Ich regeneriere gerade. Ja, ich wurde von allen gebatscht. Lebst du noch? Ja. Ah, ja. Hab beide getötet. Nur noch wir? Ja, hab beide getötet. Oh. Nice. Ja, ich hab'n Bogen. Du, dass das ein... Ha, was ist? Ich hab' jetzt doch'n Bogen. Ja, ich hab' mir gedacht, dass du das nicht sagen kannst, weil die standen beide zusammen. Hallo. Hallo. Fragt ihr euch jetzt? Mann. Ha, schon scheiße, wenn ich noch nicht pfeifen kann. Ja, meine Lippen sind gerade drin,gebetrachten. Die Knochen flog'n. Hab' mir da noch drin geflogen,est du, Alter. Bist du seidlich vor dem Boden. Mann. Mann. Ja gut, es hat mir jetzt ein Herz zugebracht, ich hatte nie mal einen Bogen. Komm her. Oh Mann! Ja ich hatte noch ein Herz, da kann ich ja nichts tun. Ist doch egal, die Runde nehmen wir. Ich glaub, hat dein Hilfe von ernsthaft nur. Ach, ich wollte noch GG schreiben. Hier GG, Dominik. Du hast dich gleich wieder geschossen, das hat doch nichts gebracht dann. Nein, ich mein, dein Ding hat bestimmt nicht nur ein, äh, eins gebracht. Ja, aber dann... Nee, das hat schon mehr gebracht. Ich hab direkt... Ja, nur ein Herz dazu bekommen, wenn du in dem Moment auch geschossen hast. Ja, alles. Wie so sind jetzt auch viele Leute? Geht nicht auf die Eier, glaub ich füllt das keiner. Ja, alleine. Nein, du bist nicht alleine. Okay. Ja. Das war das jetzt. Ja. Ja. Hi, zum ersten Mal... Also ihr werdet das Video, oder höchstwahrscheinlich in 1080p mal sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das immer so mache. Ist nicht das erste Video in 1080p. Von mir, hab ich gesagt. Ja, von dir. Ja, Marco hat schon richtig gemacht. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht immer so kommen, weil es dauert einfach viel länger zum Rennen, zum Hochladen und alles. Als ob dein Rennen so lange dauert. Ja, aber Hochladen beim trotzdem. Obwohl... Ja, Hochladen, das stimmt, aber Rennen... Ich hab bei mir jetzt Power Mode aktiviert. Ich hab jetzt durchgehend ein Gigabit. Voll geil. Also... Ich würd sagen, das war's für die heutige Folge. Wir nehmen grad schon wieder nachts auf, also die wird quasi in... Also nachts ist schon jetzt elf, ey. Okay. Okay, ich wollt grad sagen, die wird heute noch kommen, aber dann wird sie morgen kommen. Die kommt quasi um... Wie früh muss ich sie nochmal einstellen? Halb zwei, wenn du schaffst. Ja, das lade ich heute noch gut. Also... Nee. Heute schaff ich's nicht mehr, ich muss das nacheinander. Ab zwölf, also quasi morgen lade ich's gut. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Schreibt uns immer endlich Sachen in die Kommentare, was wir noch spielen können. Wir haben keine Ahnung. Okay. Das war's. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.